Hallo Leute, sorry dass ihr zu lange keine Videos mehr gehabt von mir. Aber ja, ich sag mal ich hatte technische Probleme und persönliche Probleme. Auch egal. Heute bin ich mit... Wo ist er? Ja, Lucky Fox Online da. Und mich tut Foxy mal sagt ja mal wieder, als er jetzt hier ist mal wieder. Da laufen String Bonny und ein Fredbear. Kein Bock auf die beiden. Ich hab ja keinen Bock auf die beiden. Und... Und ich geh... Ich geh grad zum Office. Also ja, falls ich frag, welches Spiel... Fredbear's Mega Warplay. Ganz einfach. Vielleicht kommt er in der Zukunft auch ein bisschen in Minecraft, aber da bin ich grad noch was am bauen. Hallo Nightguard. Mit ner pinken... Ne, nicht pink, bin ich dumm. Regenbogen... Regenbogen... Dingens... Nein, er hat mich gefunden. Der regnet sein weg. Scherz. Ei. Moin Moin Moin. Und der verreckt vor mir. Auf dem Boden. In my Reset. Ich brauch etwas, das weniger leckt. Oh no. Schreibt jetzt schon jemand... Oh no. Credits. Ich will die Credits nicht sehen. Kann ich die auch überspringen? Schön, da sehen wir nochmal das gesamte Intro. Ja, ich wollte die jetzt kurz lesen. So, nochmal. Jetzt auch auf Play drum. Play... Humans... Komm, ich bin Mitarbeiter. So, schön in den Laden. Hinter mir die Tür schließen. Let's... Let's... Party. Okay, let's party. Was steht hier? Let's... Party. We miss Spring Bonnie, aber keine Party haben. Sheikah, let's eat. Da steht ein Spring Bonnie im Office. Kein Bock. Hey, jetzt hab ich mich einmal im Kreis gedreht. Nein. Muss meiner durch. Fettsack. So, jetzt stell ich mich hier hin und geh auf meine Camps. Warum? Weil ich ja eh nichts besseres zu tun habe. Das ist Camp 1, direkt an meinem Office. Ja, tatsächlich. Und da kommt Spring Bonnie rein. Jetzt stehen hier zwei Spring Bonnies im Office. Also, wie schon gesagt, vielleicht kommt bald auch noch ein bisschen Minecraft auf meinem Kanal. Aber wartet jetzt nicht so viel von mir. Das kann nämlich noch ein bisschen dauern. Mein Party Rooms. Hier bin ich doch richtig. Alter. Ist das dein Ernst? Ich musste mich jetzt torken. Es steht ja noch ein Freddy hier. Ich fühle mich verdammt nochmal beobachtet. Es tut etwas mich verfolgen. Dafür wenigstens auf Toilette meine Privatsphäre haben. Danke. Ey. Hab Respekt. Du Verwärtslinge. Danke. Danke. Das ist alles hier stockdunkel. Äh. Mich hat gerade ein Typ auf Toilette verfolgt. Und das liegt gerade mit mir bei Pirates Cove. Stopp. Ja, stopp. Ja, stopp. Ja, stopp. Ja, stopp. Ich bin der Big Boss. Der Puppet. Was hat der Puppet eigentlich für Animations? Also nur kurz zu fragen, was kann? Weiß ob, ich kann die Musik der Puppet abspielen! Achtung, Nightguard, I'm coming! Bin ich gerade? Warte, da ist die Mainstage! Check! Nightguard, I'm coming, Oz! Puppet ist aber schon schnell! Wie sieht es eigentlich aus, wenn die läuft? Ach, das fliegt die ja richtig! Ich weiß gar nicht, ob man Shadow Freddy so einbekommt! Wie man den bekommt! Shadow Freddy! Ja, ich tue mal erstmal den Shadow 2 jetzt wechseln für euch! Die Animatronics am Ende! So halbwegs so sehen, dass sie... Zum Beispiel ist... Es gibt auch Secret Charakter! Das ist sozusagen wie Balthas! Die könnt ihr auch hier überall öfters finden! Das isto! Das ist schon sehr, sehr, sehr! Ich bin heute Nacht zumres HYP! Das ist so weit! Die conspiratorische Ärzte! Die acids das den Worten! Komm es k�! Die Ärgerinne! Die Tür, die Perlenung! Also ja, das war's jetzt auch im Progen mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und wenn es Minecraft gibt, was ich euch zeigen soll, Mods oder sowas, schreibt es in die Kommentare. Kann ich auch darauf eingehen. Dann sag ich mal Tschüss, bleib gesund, und das war's, ja. Auf Wiedersehen. Abonnieren und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Drückt einfach unten auf den roten Button unter dem Video und tut die Glocke aktivieren. Danke, damit ihr nichts mehr davon verpasst.